Achtung! Gefangene! Der Messefeldwebel hat mir gerade berichtet, dass fünf silberne Löffel in der Offiziersmesse fehlen. Der Klau Fritz hat 48 Stunden Zeit, den Löffel zurückzugeben und sich beim Feldwebel wegen einer angemessenen Strafe zu melden. Wenn dieser Klaustreus das nicht tut, dann haben alle Gefangenen absoluten Baracken arrestiert, und zwar für die nächsten 20 Jahre. So ein Mist!